Und abgesehen davon wird es jetzt noch lauter, nämlich mit unserer heutigen Band, auch die kommt aus Regensburg, Green Frog Seas! Green Frog Feet hier bei uns am On-3-Sendebus, Applaus für die Jungs, die die ganze Stunde uns musikalisch unterstützen werden, also später gibt es mehr von denen, und zwar eine Band aus Regensburg, Green Frog Feet hier bei uns live am On-3-Sendebus! Green Frog Feet Green Frog Feet hier bei uns live am On-3-Sendebus! Green Frog Feet hier bei uns live am On-3-Sendebus! Green Frog Seas! Green Frog Feet hier Bei uns live am On-3-Sendebus! Green Frog Feet on Goo-F bildet Green Frog Feet hier bei uns live am On-3-Sendebus! Untertitelung des ZDF, 2020 Green Frog Feet, hier live bei uns, Samon Drei Sendebus. Jungs, kommt rüber zu mir ins Wohnzimmer. Green Frog Feet, eine Band, die es seit elf Jahren gibt. Über 400 Auftritte haben sie hinter sich. Mittlerweile der siebte Schlagzeuger in elf Jahren. Also die Halbwertszeit ist nicht besonders gut. Und wenn ihr jetzt denkt, das ist der siebte Schlagzeuger, dann liegt ihr leider falsch. Dann ist es quasi mittlerweile schon der achte. Weil das Original, der Max, hat sich das Kreuzband gerissen. Die Sehenscheidenentzündung, also auch nicht mit dabei. Leider nicht. Das läuft nicht so gut bei den Schlagzeugern. Böse an den Max im Fernsehen zu Hause. Warum wechselt ihr so oft die Schlagzeuger? Ja, das hat verschiedene Gründe. Also zum Teil natürlich beruflich oder Studiengebühr. Freundinnen oder Studiengebühr. Ab und zu geht es natürlich verschiedene Wege. Sowohl Musikrichtung oder auch dann jemand zieht weg oder hat einfach keine Zeit mehr dafür. Also es gab auch schon Schlagzeuger, die gesagt haben, ne, euer Sound haugt mir nicht mehr, ich hau ab. Ja genau. So ungefähr, ihr seid scheiße, ich geh. Obwohl es sich ja eigentlich lohnen würde, 2005, da wart ihr in Schweden, in den schwedischen Charts auf Platz 33. Habt ihr sozusagen das große Leben einer Band genossen. Waren wahrscheinlich auch viele schwedische Groupies dabei, oder? Die da mit dabei waren. Gab es da was? Ne. Gar nichts? Ne, gar nichts. In Schweden gibt es keine Frauen. Ja, ist so. Es gibt sehr viele Frauen und auch sehr viele öffentliche Frauen. Da waren nur Ölche, Autobahn und... Wasser. Viel Wasser. Viel Wasser. Das heißt, es gibt keine Groupie-Geschichten von irgendwelchen... Ne, also würde ich so nicht sagen, ne. Also zumindest wollt ihr, ihr wollt zumindest nicht darüber reden. Ich hab gehört, die Snoozen, erklärt mal ganz kurz. Die Snoozen, ja, die stopfen sich so Tabak unter die Unterlippe. Also Oberlippe eigentlich vielmehr. Ist ein bisschen ekelhaft, wenn man mit einem Mädel spricht oder so. Auf so Partys und die fangen dann zu lächeln an und dann ist da alles schwarz. Ist jetzt nicht so lustig. Okay, da habt ihr euch gedacht, naja, vielleicht die japanischen Frauen doch besser. Warum sag ich Japan? Weil ihr vorhabt, jetzt in Zukunft eine Tour durch Japan zu machen. Wie kommt's? Ja gut, das läuft über unser Label. Wir haben da glücklicherweise für das letzte Album Label gekommen, also ein Plattendeal in Japan. Und wir hoffen halt mal, weil wir eben schon... Europa war, aber schon ziemlich überall. Und jetzt wollten wir einfach mal einen anderen Kontinent. Und jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Warum ausgerechnet Japan? Also warum Asien und nicht die USA beispielsweise? Sushi. Nee, Sushi mag ich nicht. Nee, die Leute sind, glaube ich, also das Feedback ist viel besser. Also was heißt besser, aber ganz anders. Die fahren halt vielmehr so auf Pop-Punk ab, wie jetzt wir machen zum Beispiel. Ist jetzt im deutschen Land jetzt nicht so beliebt, sage ich jetzt mal. Und ja, wir haben es halt auch vom Hörensagen von unseren bekannten Bands, die wir schon getourt haben dort. Also war halt eben ein großes Ziel von uns mal da drüben zu tun. Wie organisiert man sowas? Also eine Tour in Japan? Fährt man da einfach rüber, fliegt man einfach rüber und zack, los geht's? Oder wie läuft das? Nee, das muss schon über die Booking-Agentur dann laufen. Also da lasse ich privat die Hände davon. Also ihr habt damit überhaupt gar nichts zu tun? Nee, weniger. Ja doch, wir müssen natürlich rüberfliegen und spielen. Den Schritt solltet ihr dann schon selbst so machen. Danke Jungs, dass ihr heute hier bei uns seid. Wir hören euch später in der Sendung nochmal. Und wir machen auch direkt... Werbung, eigene Sache. Natürlich. Neues Album, on top of the bottom, out now. Heute zum Studenten-Superpreis von nur 8 Euro. 8 Euro. Schauen wir mal, wie es da noch geht, trotz Studiengebühren. Und wir machen mit Musik auch direkt... Vielen Dank an euch alle, dass ihr heute Nachmittag bei uns wart. in Regensburg. Am Ende der Sendung hören wir nochmal Musik von unserer heutigen Band, die hier live bei uns am On-3-Sendebus spielen. Green Frog Feet. Bis morgen, servus. Ciao. So, here I am, take a look at me. I'm not a hero, but I need no help. It's a long, long way to the promised land. I've got to promise, but I've got no help. This time was yet riot to leave. I'm sick of the humans around me. Tears die in me. I'll let you play. But now my whole life has to do. The time is running out. And the subject falls is near. Nobody's here. And the loneliness gets loud. It's okay. It's okay. It's okay. Bis zum nächsten Mal.